So Leute, im heutigen Video will ich mit euch mal ganz schnell die kurzfristigen Bitcoin-Preisentwicklung anschauen und außerdem muss ich euch leider mitteilen, dass ich es höchstwahrscheinlich in den nächsten paar Tagen nicht schaffen werde, ein Video zu machen. Lasst uns jetzt aber erstmal mit Bitcoin anfangen, bevor wir uns darüber unterhalten, warum das der Fall ist. Bei Bitcoin sind wir jetzt auf dem 4-Stunden-Chart immer noch unter der wichtigen roten Linie. Man kann hier sehen, dass im Grunde genommen seit fast einer guten Woche, da kämpfen wir damit, wieder über die rote Linie zu kommen. Das ist immer noch ein massiver Widerstand. Das einzig Gute an der ganzen Sache ist, dass wir wenigstens eine starke Unterstützung innerhalb der orangenen Box finden, obwohl wir gestern zunächst mal nach unten gedroppt sind, aber dann haben wir auch eine relativ starke Rally wieder zurück zur roten Linie gesehen. Die große Frage ist jetzt, warum haben wir überhaupt einen Drop gesehen? Naja, höchstwahrscheinlich wegen den traditionellen Märkten, weil die nach unten gegangen sind. Hier auf dem Daily-Chart können wir sehen, dass wir hier runtergefallen sind und dann hatten wir auch wieder eine Rally nach oben. Als wir hier nach unten gefallen sind, wurde auch Bitcoin mit nach unten gezogen. Außerdem, wo haben wir jetzt Unterstützung bei Bitcoin gefunden? Genau bei der blauen Linie auf dem Weekly-Time-Frame. Wie ihr wisst, ich habe ja diese Segmente beim Bitcoin-Preis hier gemacht und wie man jetzt sehen kann, ist das immer noch eine ziemlich, ziemlich starke Unterstützung. Also definitiv etwas, das man jetzt kurzfristig im Auge behalten sollte. Davon mal abgesehen, haben wir natürlich noch meine anderen Unterstützungsleveln und das Ding ist, ich habe ja jetzt schon so lange über meine Strategie gesprochen, seit gut einer Woche oder so. Falls ihr mehr darüber wissen möchtet, dann könnt ihr mal zurückgehen und euch meine früheren Videos anschauen, weil das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe mir irgendetwas eingefallen. Keine Ahnung, ob das jetzt der Virus ist, der momentan umgeht. Aber ja, im Grunde genommen, nachdem ich gestern mein Video gemacht habe, kam es mir so vor, als hätte mich ein Lastwagen ins Gesicht getroffen. Also ich habe wirklich echt eine ganze Menge Schwierigkeiten, dieses Video zu machen. Ich wollte euch jetzt einfach nur vorwarnen, dass ich halt höchstwahrscheinlich für eine kurze Zeit, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch morgen wieder da, vielleicht dauert es eine Woche. Aber wie ich gesagt habe, meine Strategie, die habt ihr in meinen vorigen Videos, deshalb schaut euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie immer, vielen Dank fürs Einschalten, ich weiß, kurzes Video, tut mir leid. Und wir sehen uns dann, wenn ich wieder zurück bin.